ja und damit herzlich willkommen zurück hierzu diablo immortal und wir gehen jetzt in das reich der toten krieg mal hin wir sind mächtig glaube ich zumindest was cast aside but i found the shard i found purpose the queen spirit would lead me to leorick und da waren wir da und haben das feitelt es ist so damals ja wieder was gibt es euch mal also den damage die ich da hinhau der ist halt schon mega geil was machen wir sowas von keine gruppe hier okay ich würde mal ein bisschen die ja ich wollte gerade sagen die seiten angucken was haben wir hier ein bisschen weniger intelligenz aber mehr schaden ich gehe für die intelligenz aber dich werden ausrüsten okay der ist immer geil gemacht aber das hat gerade gezirbelt nein nein das das Wart doch schon, aber dann tut es euch ja auch nicht wehren. Okay, wir holen uns nochmal so einen Kollegen. Und ja, ist nur Müll mit dabei. Wir haben jetzt hier noch was, Ereignisse, Willkommen in Sanctuario, immer gern. Ein Emblem. Okay. Zur großen Halle. Uh, schönes Artwork. Oh, guten Tag. Alter, ich komme mir wirklich vor, ich werde sie hier im Tank. Nice, Massaker. Na, komm. Und kommt die andere Seite, komm. Oh, nee. 24. Naja, besser als gar nicht. Oh, geil. Oh, ich sehe schon eine Kiste. Oh, wie geil ist denn das der gemacht? Nee, sorry. Darfst du nicht raus? Doch nicht. Oh. Nicht drauf gehen. Boah, ich schaue so selten da auf die Health Bar da links oben. Warte wird mir irgendwann sicherlich noch mehr zum Verhängnis. Moin. Und Schild. Ah, Gott. Ja, gut. Kriegt mir auch nichts. Was bist du? Mann, Ruf. Oh, yes. Gegner. Nice. Dann habe ich wieder ein paar Leichen zum Explodieren. Ah, und die haben wieder fast. Alles klar. Nein. Lauf nicht da rein. Oh. Oh. Weil was ist mercen. Oh. Naja. Hallo. Hou look. Also, ich liebe diese Klasse. Die hat es wirklich in sich. Spielt sie wirklich gut. Okay. Ab ins Portal. Zum Thronsaal. Bis wir dann irgendwann im König sind. Moin. Oh. Au. Die hauen rein. 700 Schaden. Ähm. 414, 450. Intelligenz. Ja, ich gehe auf Intelligenz. Das ist gut. Äh. Willenskraft. Intelligenz. Nö, das nehme ich nicht. Ich bin eigentlich ganz zufrieden, wie es jetzt gerade ist. Was hat mir jetzt die Energiekugel gebracht? Ja. Ich weiß nicht, ob das so eine gute Idee ist, dass man Emotes im Chat hat. Was alles besser als Hartz IV. Hallo? Wo ist der Platz 2? Ah, ignoriert zwar den Chat. War es 12 Euro im Minus und bald, oh weia. Essenstransfer ist zu Schmutz. Okay, warte mal. Wisst ihr was? Wir machen den Chat mal komplett weg. Bevor da noch irgendwie Blödsinn drin ist. Können eigentlich Clan anlassen. Für den Fall, dass ich mal irgendwann meinen Clan hab. Und auch. Leute, ich bin hier nur auf der Durchreise. Ich muss warten. Ich kann nicht immer ansatzweise da an der Gesundheit ein bisschen reinkratzen. Okay. Spielzeug. Rüstung. Oh, das wird sich retten. Oh ja, das machen wir. Feierlichkeiten minus. Ist aber okay. Schöne Instanz bisher. Ist knackig. Uh, Spielzeug. Neuer Helm. Helm hab ich noch gar nicht. Uh, der wird sogar dargestellt. Sehen wir denn auch hier? Yes. Nice. Komm da. Das ist noch cool. Wäre, wenn man irgendwie so ein Mob-Museum hätte. Äh, wo man die Mobs einfach mal so sparen kann. Und dass sie dann angreifen. Einfach zum angucken vom Detail her. Weil die schauen teilweise schon wirklich nice aus. So, wo ist jetzt der König? Okay. Oh, ich würd sagen, das ist der König. Moin. Ist nicht richtig gut. Oh, ich würde. Ich würde. Ich würde. Ich würde. Ich würde. Okay, und wir haben die Barriere. Geil, sogar mit Pferd. Hey, weg hier. Oh, ich muss die Leiche mehr ausnutzen. Nein, 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 nein! Okay, kommen wir jetzt in den Ring, in den Ring, in den Ring. Ich brauche ein bissl noch, yes, lol, das mit dem Schmied war jetzt ein bissl surreal. Okay, ja, Leute, ich bin der neue König. Servus, bitte bravura. Okay, und das Portal wäre der Retour. Haben wir jetzt hier alles? Gibt es hier noch was? Nö. Okay, neuer Stab. Machen wir mal. Uh, ein bisschen die Gebühr, der erhöht sich nämlich verursachtenden Schaden nach der Verwendung einer Bewegung. Bewegungsfeiligkeit um 3%. Ja, das wäre dann vermutlich unsere Geisterfähigkeit, die ich auch nicht nutzen will. Okay, gehen wir wieder Retour. Wirklich verlassen, ja, pide. Oh, wir sind wieder hier. Äh, Codex. Ja, danke. Oh, gibt was mehr? Aktivitäten. Und auch hier. Oh, noch Bär. Okay, ich war echt nicht schlecht. Aber eins leuchtet da noch. Was habe ich da über... Ach so, das hier. Fertigkeiten. Skelettmagier. Abgegnet seit 8 Sekunden. Beschwerd 30 Sekunden lang ein unbewegliches Skelettmagier, der Seelfeierbälle in die Richtung wirft und allen Gegnern empfährt. Das war es jeweils 105 Schauen zufügt. Ihr könnt insgesamt nicht mehr als 6. Das finde ich noch nice. Du machst noch 387 Schaden. Jeder getroffene Gegner erschafft eine Leiche bis zu einem Maximum von 2 Aufladungen. Ich probiere das mal aus. anstatt der Stacheln. Gucken wir, wie das so ist. So, na, wie geht's? Hast du es geschafft? War ja klar. Ich konnte es nicht tun. Ich konnte sie nicht töten. Aber du... Du kannst sie trotzdem catchen, wenn du es schnellst. Du bist verletzt. Lass mich dir helfen. Nein. Du hast ein Oath gebeten, um die Balance zu beschützen. Hör es. Und stoppe sie. Okay. Töte Leaves und holt den Weltenschein später zurück. Mach mal. Und tu noch gute Besserung. Und... Ah, immer noch was. Aus besten Listen. Ich hab keinen Rang. Ja, okay. Erster Abschluss. Okay, also... Rangnästen, etc. Sind mir eigentlich total egal. Was kann ich da machen? Achso, ist einfach nur ein Weg gepuckt. Weil mir geht's mehr so um die Story. Und Spaß zum Spiel. Moin. Okay, ich muss sagen, der Magier-Dude... Der da. Nein, Moment. Er da. Der ist nice. Der hat jetzt ganz... ganz gut geholfen. Moin. Ich frage mich, das mit den... Skeletten... Also, wenn ich das Skelett erschaffe... Dann werden wir das... Hier mal so machen. Mal schauen, ob die Taktik aufgeht, dass ich mit dem Skelette mach. Probier's jetzt vielleicht grad beim nächsten. Äh. Also, der Story-Dungeon betreten. Okay. Ich nehm's zurück. Ah, scheiße. Das ist jetzt... Hat ne doofe Idee, glaub ich. Die Mobs werden schon noch ganz gut zur Ablenkung. Ah, fuck. Sie macht auch noch sowas. Na, geh weg da. Oh, fuck. Ganz, ganz durch die Idee. Ah, fuck. Ah, fuck. Ja, nee. Ich will meine Dudes wieder haben. Ich will meine Dudes wieder haben. Okay, ich werde mal auf der Maus ein paar Hotkeys für die Zauber machen. Damit er ein bisschen schneller geht. Tja, das ist macht, meine liebe Dame. Ich will mich bitte einsammeln. Yes, bitte. Danke. Okay. Dann hätten wir das. Ähm, wir werden das mit den Fertigkeiten grad mal ändern. Meine Dudes. Hier. Hier kommt's. Hier wieder rein. Ah, da sind sie ja. Ah, da bist du ja. Ja, vielen Dank für deine Hilfe. Das war super. Lethys escape, dann. Sie nie war der Typ, die ihr Leben auf der Linie. Ein weiteres Simulacrum. Obwohl, dieser war viel mehr Convinziger als der letzte. Ich glaube, dass eine Karte der Weltstelle in ihrer Position helfen hat. Ich bin froh, dass sie sicher in deinen Händen ist. Ja, ich weiß, was das ist. Obwohl, es ist ein bisschen kleiner als die letzte Mal, die ich gesehen habe. Ah, ich werde sie nachher folgen. Regardless, ich muss dir für deine Hilfe, mein Freund. Die Rathmahe von Rathmahe auf deiner Reise, woher es dich geht. Okay, keine Vertonung mehr. Wenn ihr zu Kain zurückgeht, sollte er besser diese Waffe untersuchen, die ihr gefunden habt. Sie sieht vielleicht nicht danach aus, aber der alte Gelehrte hatte schon immer ein Händchen dafür, versteckte Potenzial zu identifizieren. Okay. Autonavigation! Okay, brauche ich mir das mal. Und da ist es auch. Ja, dann, gehen wir mal hin. Ah, Portal, komm schon. Uh, das ist auch wieder ein geiles Artwork. Das Wolfstor. So, die erste Hauptstadt. Oh, there a moment, Stranger. We're speaking with all new arrivals, seeking asylum. Hm. You don't look like one of these refugees from Ashwald. What brings you to Westmarch? I'm supposed to meet someone in the city. Hm. Another tight-lipped adventurer. You're not the first to step through these gates on business. Alright, everything checks out. Move along and keep the peace. Understood? Ja, ja, mach schon keinen Stress. Glaube ich zumindestens. Und hier gibt es wieder Goodies. Für den Shop. Wieder ein einmaliges Paket. Ähm. Aber das habe ich schon eingefordert. Okay. Okay. Adventurer! Over here! Ha! I knew it had to be you. Been waiting a while for you to show. Charcy would have stayed, but you know, she's got business to run. I'm sorry. Who is Charcy? How do you know me? Oh, forgive me. I got a little overzealous there. Let's say we all have a mutual friend. A certain scholar, who arrived before you did? Our friend asked us to greet you when you arrived. Listen. Charcy is the one you want to speak with. Find her at the blacksmith and she'll guide you further. Welcome to Westmarch and good luck. Okay. Äh, interessantes Willkommens-Kommittie. Das ist noch cool gemacht hier mit den Docks. Wow, dieses Schiefe ist riesig. Naja, geht. Das Wetter könnte schöner sein. Passt gerade zu der Welt in der Schweiz. Kommt auch nicht so mega geil hier. Gäste! Oh, kannst du dich auch machen. Wer bist du? Raritäten und Antiquitäten. Du hast das Gold, ich habe das Goods. Oh, Stufe 35. Schick. Ah, ich wünsch mal, könnte die Kamera ein bisschen schwenken. Süß. Alter, siehst du geil aus. Coole Rüstung da hinten. Moin. Ah, ja, tun wir erstmal Zeugsverscherbeln mal wieder. Damit ich wieder ein leer Sinmetall habe. Können wir noch ein bisschen was aufwerten. Dich können wir aufwerten. Yes. Und kein Zeugs mehr. Okay. Okay. Are you Chassi? Ein Mann auf der Brücke bedeutet, dass du mir helfen kannst, Deckard Cain. Es ist du. Du bist hier. Cain wird so glücklich, dass du gekommen bist. Well, lass mich sein, die ersten zu willkommen zu Ihnen. Zu Westmarch. Ist das nicht so großartig, wie die Geschichte sagen? Ja. Westmarch. Eine Stadt, die niemals ein Freund von Rathmö. Ich würde es nachgekommen, Herr Cain schnell, wenn möglich. Oh, richtig. Cain hat ein F-Bit-A-R-K-A-R-K-A-R-K-A-R-K-A-R-K-A-R-K-A-R-K-A-R-K-A-R-K-A-R-K-A-R-K-A-R-K-A-R-K-A-R-K. Tschüss. Ja, Moment mal. Gute Fahrt. Das sag ich ja bei meinen Trainspielen. Dann erstmal guten Kampf hier. Also, tschüss.